Sicher habt auch ihr euch schon einmal über die extreme Dunkelheit in Höhlen in Minecraft geärgert. Auch wenn man die Brightness, also die Helligkeit, ganz nach oben gezogen hat, ist es noch immer stockfinster. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus dieser Helligkeit, diese Helligkeit hier machen könnt. Und das Ganze mit einem einfachen Trick. Los geht's auf unserem Desktop. Dort drücken wir jetzt Windows-Taste und R. Und dann erscheint ein Ausführen-Dialogfenster. Dort geben wir %appdata% ein. Jetzt klicken wir auf OK. Anschließend gehen wir in den Punkt-Minecraft-Ordner. Und jetzt klicken wir auf Punkt-Minecraft-Durchsuchen. Oder suchen einfach nach der Textdatei Options. Das tun wir hier. Ich schreibe hier einmal Options rein. Und dann öffnen wir uns die Options.txt. Und sind wir in diese angekommen, dann sehen wir, hier können wir einige Einstellungen zu Minecraft treffen. Uns interessiert jetzt allerdings Gamma. Gamma-Doppelpunkt 1,0 steht dort standardmäßig drin. Wir ändern das Ganze jetzt einfach in einem beliebigen Wert. Zum Beispiel ist Gamma 500 nicht schlecht. Also würden wir da in dem Fall einfach 500,0 eintragen. Wir können das Ganze aber natürlich übertreiben und das Ganze auch einfach mal auf 5000 setzen. Jetzt schließen wir uns diese Options.txt wieder und nicht vergessen zu speichern. Und wenn wir jetzt Minecraft starten, dann sehen wir, wenn wir in der Welt sind, es ist alles richtig, richtig hell. Auch wenn die Brightness praktisch gar nicht ganz oben ist. Und wenn wir die Brightness jetzt wieder ein Stückchen runterziehen, dann wird es gleich wieder relativ viel dunkler. Ihr solltet die Brightness jetzt also so lassen, wie sie ist. Danke an euch, dass ihr mir diese Lösung in den Kommentaren geschrieben habt. Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch auch gerne noch unser Tutorial zu den Summon-Commands angucken. Die kann man nämlich ganz einfach mithilfe einer wunderbaren Website generieren. Und hat dann keine lange Arbeit mehr, Summon-Commands zu schreiben. Oder ihr installiert euch den Shader mit Optifine. Das Tutorial dazu findet ihr rechts unten verlinkt, denn das wertet Minecraft-Grafisch wirklich nochmal auf. Wenn ihr möchtet, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns auch für meines 07 Plus unseren neuen Zweitkanal zu besuchen. Oder auch unsere Social-Media-Seite, also Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram und natürlich unser Website meines 07.de stehen euch zur Verfügung. Jetzt freue ich mich noch über eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und das war's von diesem Video. Tschüss und bis dahin.